Pssst pssst Hallo und Herzlich Willkommen zu Let's Play Puahala Wir psshten rum und machen Ranked Matches Deswegen nicht wundern wenn wir pssht machen Ichs bei meinen Tasten blöd, ichs bei meinen Tasten blöd, jaaa Soll ich wieder sagen es wird spannend? Ach, hast du ja noch nicht oft genug gesagt oder so Ja, aber wenn ich die Parts irgendwie einmal pro Woche Puahala mache Dann fällt es gar nicht auf, meinst du? Nee, das fällt dann kein auf, aber jetzt hört es jedem auf, vor allem weil ichs gesagt hab Ich treff nicht Ich hab's doch auch schon davor gesagt oder? Bestimmt Oh, der hat mich gereckt Okay Malte, MLG Bombe Ah, schade So close Close to love, ja Close to love, ja Okay Ich wollt grad sagen, der ist irgendwie hängen geblieben Weil er grad mega oft einfach nur hoch gehüpft ist und ich ihn trotzdem nicht getroffen hab Dann bin ich aber der Blöde, oder? Oh, ich hab einen richtig gut gekickt Ich bin grad so inkompetent, dass du es gar nicht glauben willst, das ist so Okay Malte, ich bin tot Ähm Sorry Nein, das war nicht wegen dir, ich hab bloß vergessen, dass ich den Sprung noch übrig hab Achso Na super, aber ich hab auch einen gekillt Mann Oh, nice Oh, nice Ich hab, ich hab noch drei Leben WTF Du bist der Beste Du hast doch den grad rausgehauen Ich wollte nur springen Ich hab die Taste verfehlt Beziehungsweise auch beide Tasten gleichzeitig gedrückt Ich bin schon wieder raus Als ob Afghana der Noob Ja jetzt, warte Hängt mal alles an dir Was? Das hättest du nicht sagen dürfen Ich könnte dir jetzt sagen, Afghana möchtest nur spannend halten Könntest du das? Könnt ich sagen Mach ich aber, jetzt wollte ich dich schon wieder hinten Ich, jetzt hab ich definitiv die Attacke gedrückt Beziehungsweise die Deutschen Okay, das war ja blöd Ich rall das Spiel einfach manchmal nicht Merke ich schon, dass du es nicht rallst Ich bin einfach zu blöd Was machst du eigentlich mit deinen Typen? Was machst du eigentlich mit deinen Typen? Ich weiß nicht Ich lass den so Und schau was er so macht Oh Ich find sie aber immer ne krasse Taktik zu schauen was die Leute so machen Ich hab ihn runtergekriegt Junge wie kann der das überleben? Der Typ ist so ein richtiger Cheater Genau Nimm mir Reiz mit dem Ich will ne Lanze Das war seine Taktik, okay Es ist so ein richtiger Piep-Taktik Keine Ahnung, ob ich das jetzt sage Nee, sag ich nicht Okay, schaffst du das? Ich hoffe mal Wobei ich bin der mit wenig Hits Oh, scheiße Wir werden verlieren Tag das nicht, Walten Ich könnte jetzt danach sagen mit Ansagen, wenn wir verloren haben, aber Nee Nee Okay Alle haben noch ein Leben Warf mir ganz traurig immer, wenn du das sagst Das wir verlieren Oh, das ist aber nett, dass du hier hingehalten hast Ja, kein Problem Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was diese Ember so genau macht Hm, wenn nicht wüsst du wer das ist? Ja, die Bogenfotze Ich bin draußen, Malte Jetzt hängt es an dir her Als ob Ich gegen zwei und der eine ist nicht mal rot Alter, Malte Wichse gerade Okay Sowas darfst du bei mir nicht sagen Malte, du bist scheiße Du bist kacke Das darfst du nicht sagen Aber Ich habe beide auf rot bekommen Wäre ich nicht so blöd, hätte ich es noch schaffen können Naja Erstmal in Loops schreiben, so wie immer Okay, ich lösche die Aufnahme NICHT Ahahaha Ne, wir sehen uns in der nächsten Folge und bis dann Ciao Möp Untertitelung des ZDF für funk, 2017